1992 hat die neue Bank als viertes Finanzinstitut in Lichtenstein den offiziellen Betrieb aufgenommen. Als klassische Privatbank verzichten wir auf eigene Produktentwicklungen und konzentrieren uns ganz auf die Interessen und Bedürfnisse unserer Kunden. Durch eine überschaubare Größe sind wir in der Lage, kurzfristig und flexibel zu agieren, sowie Lösungen individuell zu gestalten. Die Betreuung ihres Vermögens ist für uns mehr als nur eine reine Beziehung auf Geschäftsebene. Als modern ausgerichtete Lichtensteiner Privatbank sind wir uns der Verantwortung und Aufgabe bewusst, das Vermögen unserer Kunden über Generationen hinweg zu erhalten und zu vermehren. Sicherheit, Servicequalität und Verlässlichkeit bilden dabei die Grundpfeiler für unseren langfristigen Erfolg im Dienste unserer Kunden. Geld anlegen ist eine Kunst und verlangt Weitsicht. In der Anlageberatung versorgen wir Sie mit attraktiven Anlageempfehlungen, welche wir nach Absprache mit Ihnen direkt umsetzen. Fern von Mengen- und Massengeschäft dürfen Sie von uns eine proaktive und maßgeschneiderte Betreuung in sämtlichen Finanzfragen erwarten. Die hohe Qualität in der Beratung sowie die exakte Umsetzung Ihrer Wünsche und Bedürfnisse haben bei uns oberste Priorität. Dass wir mit der Umsetzung dieses Anspruchs richtig liegen, bestätigen die vielen Auszeichnungen von unabhängigen und anerkannten Prüfern, welche wir in den vergangenen Jahren entgegennehmen durften. Als unternehmerisch geprägte Privatbank streben wir Beständigkeit und kontinuierliches Wachstum an, kurz gesagt Nachhaltigkeit. Dies spiegelt sich in allen Bereichen der Neue Bank AG wieder und prägt unser Handeln maßgeblich. Die Neue Bank, Ihre Privatbank in Lichtenstein, unabhängig und konstant seit 25 Jahren.